Hallo Kinder, ich möchte euch heute ein Buch empfehlen, das ich selber ganz toll finde. Ein Buch für Kinder ab sechs Jahren, aber das Tolle an diesem Buch ist, dass es auch Erwachsenen großen Spaß macht. Und ihr habt ja vielleicht im Moment ein bisschen Zeit, euch mit euren Eltern viel zu beschäftigen. Und ja, vielleicht ist dieses Buch ein Buch, das eure Eltern euch gerne vorlesen würden oder ihr mit euren Eltern lesen wollt. Es heißt Briefe vom Eichhorn an die Ameise. Das klingt schon mal lustig und es ist auch wirklich lustig. Es sind 26 kleine Geschichten und dort schreiben sich verschiedene Tiere Briefe. Und ich möchte euch den ersten Brief quasi als kleiner Appetithappen vorlesen. Der Brief vom Eichhorn an die Ameise. Eines Tages im Winter schrieb Eichhorn einen Brief an die Ameise. Liebe Ameise, 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 Ameise. Liebe Ameise, 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 Ameise. liebe Ameise, liebe Ameise, Ameise, Eichhorn. Das war ein seltsamer Brief und Eichhorn wusste nicht, warum er ihn geschrieben hatte. Aber er zog dem Brief eine Jacke an und setzte ihm eine Mütze auf, denn es war kalt. Er erklärte ihm, wie er gehen musste und machte die Tür auf. Der Brief trat vorsichtig hinaus, kletterte die Buche hinunter, lief durch den Schnee und klopfte ans Fenster der Ameise. Wer ist da? fragte die Ameise. Der Brief, sagte der Brief. Der Brief, sagte die Ameise und machte erstaunt die Tür auf. Ich bin für Sie, sagte der Brief. Er machte eine kleine Verbeugung und nahm die Mütze ab. Die Ameise betrachtete ihn von allen Seiten und öffnete ihn vorsichtig. Ich werde dich erst mal lesen, sagte sie. Das ist gut, sagte der Brief. Als die Ameise den Brief gelesen hatte, rieb sie sich die Hände und sagte, setz dich, Brief, setz dich. Möchtest du irgendwas? Naja, sagte der Brief zögernd. Das weiß ich eigentlich nicht. Etwas Süßes? fragte die Ameise. Das ist gut, sagte der Brief und raschelte vor Vergnügen. Die Ameise nahm ihren Stift und schrieb etwas Süßes oben auf den Brief und nach einigem Nachdenken auch etwas Warmes unten auf den Brief. Sie selbst nahm ein bisschen Honig. Der Brief knisterte vor Vergnügen und seine Ecken bogen sich um. Lange saßen sie beieinander und die Ameise stand ab und zu auf und schrieb etwas auf den Rand des Briefes. Als es dunkel wurde, verabschiedete sich der Brief. Es schneite und langsam stapfte er durch den Schnee zurück zur Buche, stieg hinauf und schob sich selbst unter Eichhornstür durch. So, so, sagte Eichhorn, du bist wieder da. Ja, sagte der Brief und während sich Eichhorn über ihn beugte, erzählte der Brief ihm alles, was er bei der Ameise erlebt hatte und schließlich auch das, was die Ameise von ihm, vom Eichhorn, hielt. Was denn? fragte Eichhorn. Lies doch, sagte der Brief. Eichhorn las und als er den Brief ausgelesen hatte, fragte er ihn, ob er ihn unter sein Kopfkissen legen dürfe. Das ist gut, sagte der Brief. Draußen stürmte es, Eichhorns Haus knarrte und die Schneeflocken fielen immer dichter. Die Welt wurde weißer und weißer. Aber Eichhorn und der Brief wussten das nicht. Sie schliefen und träumten von Worten und von süßer Tinte. Eichhorn ausgelesen hatte, fragte Eichhorn ausgelesen,